Hi, Willkommen zurück zu Sauspark. Ähm, was ich eventuell tun sollte, wenn ich mir schon dieses Schwertchen mache, dann sollte ich es eventuell auch ausrüsten, wa? Gut, ich hatte hier diesen Elfen-Trio hier, hatte ich ja hier Prügel versprochen und jetzt greifen sie mich an, die sind ja, die sind ja trof. Naja, komm. Konter. Das war nicht gut. Okay. Ähm, hm, 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 hm. Ja, du kriegst ja schon dein Fett. Voll auf die Fresse. Du brennst ja noch gar nicht, du blutest ja noch gar nicht. Allzu leicht, sagte Darth Vader, als er Han Solo einfrohr. Nee, als wir Luke Skywalker einfrieren wollten. So. Nehmen wir mit. Nun, was tun? Kenny. Kenny, Kenny, Kenny. Zu Kenny's Haus. We have to go. Hallo, Taxi. Wir müssen dringend Stufe 4 erreichen. Konzentration. Ähm, landen wir hier und gehen über den Spielplatz. Dann noch ne Quest einzusammeln. Dummdi-Dumma-Dumma-Dumma-Dumma-Dumma-Dumma-Dumma. Versteckenspielen mit den Kleinen. So, gehen wir nochmal da hoch. Nehmen auch das mit. Wir sollten mal wieder unseren Kram verkaufen. Sollen wir mal vorher noch Häuser durchsuchen? Ne, machen wir auf dem Rückweg. Jetzt kümmern wir uns. Und gewisse Lieferungen für Tweaks Kaffee. So. So, schlachten wir mal auf den Penne hier weg. Penne, du. Ne, das nervt. Ah. Mieses, 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 Heiming. Okay. So mit mal. Machen wir mal den. Blut angewiedert im Feuer. Ja, und weiter Prügel. Das hätten wir. Benutzt die Spritze. So, komm, mach mal die Großwildjagd mit Jimbo auch gleich, ne? Das war der besten perfekte Rumpf, der ich je gesehen habe. Mö, sehr wütend. Nur für die TP, äh, für die MP. So. Das dürfte es gelesen sein. Ah, ich glaube, den können wir nichts einsauen. Gut. Ups. Da hinten mal noch die Kiste. Warte mal hier. Ein Abzeichen. Level 4. Naja, ich nehme mit. So. Was? Oh, das ist nicht für mich. Das ist für die liebsten Leute, die das Gästehaus in der drüben. Okay. Wir gehen zur Doppelhaushälfte. Ja. Im Fachjoggon würde man das als eine Küche bezeichnen. Du hast das Paket für Tweet-Koffe? Du hast die Envelope? Äh, diese Witch-Doktoren müssen eine secret-Potion machen. Ich weiß nicht, ob es eine Heilungs-Potion ist. Das ist nicht der übliche Kind, der das Paket aufhört. Hä? Oh, sch***. Es ist ein Kipp! Ähm. Machen wir mal hier die neue Standard-Eröffnung. Ah! 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 Ah, ah, ah! So, der hat noch 60, der hat noch 85. Ja, dann geben wir dem noch einen Feuerschaden mit. Bisschen. Und ich sag mal, ciao, Chunky. Ich könnte mir auch angehen, wie ich mir das vorstellen, als Junkies zu plündern. Das Reisebündel. Die Spritze. So. Ähm... Geht das? Nee. Vielleicht haben wir den Längers im Kühlschrank. Oh, Gesundheitsdränke sind wir schon voll. Hier ist das Paket. Kleben wir mal das Gas ab. Ein unnützes Trägehemd, aber wir nehmen es mal mit. So, wir nehmen das noch mit. Kennies Blut in Keule. So. Jetzt müssten eigentlich auch da die Penne im Bild mal weg sein, wenn wir den Raum uns mal geschöpft und richtig anschauen können. Ich glaube, nur leider gibt es hier nichts über los mehr. Ja, dann gehen wir doch, wa? Okay, wir haben die Lieferung. Und wir nehmen den kürzesten weg. Die Meth-Amphetamin-Lieferung. Um den Kaffee aufzupimpen. Haben wir eigentlich mit ihr schon besprochen? Ja, fokussend vor allem. Hm, ja, das ist eine gute Scheiße. Okay, Tweak, du kannst ein bisschen spielen. Aber geh nach Hause, bevor es kürzesten ist, oder du wirst gegründet. Gegründet. Wie die frischen Gründe unserer all-organischen Tweak-Blende, mit Ingredienzern von lokalen Tweaker. Danke, Kind. Ich muss gehen, und dann bin ich in der Kingdom. Mehr Kaffee! Ich brauche mehr Kaffee! So. Gehen wir mal noch da ran. Die ist verschlossen, aber die Schlüssel bekommen auch noch irgendwo her. Weiß ich mir grad überhaupt nicht, woher. So. Willkommen zu meinem Kaffee-Shop. Danke, dass du in der dritten Runde helfen kannst. Würdest du etwas Kaffee probieren? Ja, kauf mal was. Das ist mir wert, einen Tempotrank ULTRA. Weil dadurch bekommen wir... Mr. Tweak und Mrs. Tweak. Als Freund von Tweak, bekommst du frische, haupte E-Mails. Dann werden wir deine Informationen zu lokalen Spammerern verkaufen. Klar, wir können es zu einem der großen Nationalspammerern verkaufen, aber ich glaube, dass wir nur ein bisschen mehr interessieren. Ja. Okay. Zwei von drei. Was haben wir denn noch so bei den Quests? Der Schweinbärmann. Dazu müssen wir, glaube ich, in die Kanalisation. Großvildjagd. Da haben wir den ersten abgehakt. Chemiexpress bekommt man auch. Versteckspiel. Komm, dann haken wir den Vulkan hier noch ab. Und dann würde ich sagen, ich suche immer noch ein paar Häuser. Und dann würde ich sagen, ich suche immer noch ein paar Häuser. Da gibt es ja auch noch durchaus einiges zu plündern. Wichtige Dinge. So, ich habe deinen Tricorder. Well, well. Wie schaut es denn eigentlich mit den Fähigkeiten aus? Haben wir dann noch einen Freund? Haben wir dann wieder einen Vorteil? Hmmmm. Distanzwaffen mehr schaden? Was nehmen wir denn? Was wollen wir denn nehmen? Was nehmen wir denn? Was wollen wir denn nehmen? Der erste Angriff ist eigentlich 14. Der erste Angriff ist eigentlich nicht. Und dann gehen wir diese Schaden zu her, oder? Ja, warum nicht? Und dann gehen wir diese Schaden zu her, oder? Geh das, Dalli-Tanis! Ah! Tans und Philip werden sofort zurück. Ich bin schon wieder vorbeigeschlagen. Scheiße. Bist du Angst? Mieses, mieses Timing. Den habe ich gerade überhaupt nicht kommen sehen. Okay. Ängste. Ich bin immer hier glücklich. Wow. Wir wollen es jetzt aber wirklich wissen. Der stirbt von allein. Ah. Ah. War gar nicht mal so unknapp. Ah. Ah. Hier ist es zu. Hier ist es auch zu. Du willst immer noch nicht mit uns befreundet sein, wa? Gut. Ist aber alles zu. Ach. Geh mir mal. Geh mir mal dahinter. Ah. Weitere Penner zum Abziehen. Da ist ein Professor von Astrophysics. Das ist ein Professor von Nobel. Das Mal haben wir mal wieder den ersten Schlag. Ich hoffe, wir werden nicht in Tränen. Sehr schön. Ah. Alle treffen. Ah. 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 Das ist nicht schön! Ja... Vielleicht hast du jetzt dein Leben umgekehrt! Ja natürlich! Wenn wir rankommen! Limongrün! Sehr schön! So! An dieser Stelle auf Wiedersehen und bis zur nächsten Runde! Ich bin immer wieder raus! Ich bin immer wieder raus! Well, Soldiers, reporting for duty, Grand Wizard! Nice work, Dishbag! Now all my men are here and ready to fight for th- Wait a minute. Where's Feldspar? Where's my level 12 Thief? Ha! Ha-ha-ha-ha-ha-ha! That was fucking hilarious! Ha-ha-ha-ha-ha! Dude, that was fucking awesome! Yeah! 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 Um! No! Yeah! No! Go!